Hi everyone, I'm SmileyPieceFan and todays video will be in Swiss German but as always there will be English subtitles on YouTube Hallo zusammen, heute gibt es mal wieder ein Schweizerdeutsches Video von mir weil heute gibt es das dritte Video in einer ganz speziellen Reihe nämlich in meiner Escape Room Spielreihe der ein oder der andere weiss es vielleicht schon ich spiele ganz ganz viele Escape Rooms die Rätselräume, die mittlerweile in jeder grösseren Stadt sind und ich habe schon vor ein paar Monaten endlich die 300 Marken geknackt ich bin mittlerweile schon auf meinem Weg zu den 400 das heisst aber, dass ich jetzt schon über 300 Escape Room gespielt habe ich weiss es ist sehr verrückt, es ist ein sehr spezielles Hobby aber ich liebe es, mich durch Rätselräume durchzukniffeln und immer wenn ich die nächsten 100 geknackt habe, mache ich so ein Update wo ich so über die besten und schlechtesten Spiele erzählen, die ich so gespielt habe ich verlinke euch auf jeden Fall meine vorherigen Videos unten in der Videobeschreibung, dort seht ihr was meine Meinung von Spielen 0 bis 100 und von 100 bis 200 war wie immer möchte ich zuerst ein paar Statistiken nennen und zwar habe ich aus den letzten 100 Spielen, die ich gespielt habe, habe ich tatsächlich 98 Spiele erfolgreich geschafft wir haben ja immer eine Zeitlimite in dem, dass man alle Rätsel lösen muss und hier habe ich jetzt wirklich 98 von 100 Spielen geschafft das heisst, nur bei zweien ist uns die Zeit davon gelaufen nochmal sehr stark verbessern, was die Gewinnrote bei den Escape Room bei mir angeht ich habe mir auch immer angeschaut, durchschnittlich hat man so 60 Minuten Zeit für so einen Escape Room zu lösen und ich habe geschaut, was dann so meine Durchschnittszeit war und ich bin auf 49 Minuten und 58 Sekunden gekommen, die ich durchschnittlich gebraucht habe, um einen Escape Room zu lösen das heisst, ich habe mich statistisch gesehen leicht verschlechtert, aber ich finde, solange es einem Spass macht ist eigentlich egal, ob man mit noch 10 Minuten übrig aus dem Escape Room rauskommt oder ob man nur noch 30 Sekunden übrig hat und wie immer, wieso sollte ich euch über Escape Rooms erzählen ich habe ganz lange, über 5 Jahre für einen Escape Room Betriebe gearbeitet habe ganz viele Escape Rooms auch aufgebaut, also habe das Rätseldesign und das Raumdesign gemacht ich habe meine Bachelorarbeit über Escape Rooms quer durch die Welt durchgespielt ich habe auch bei RoomescapeArtist.com, einer der berühmtesten Escape Room Blogs und Review Seiten mitgeschrieben und ja, darum weiss ich sicher das eine oder andere, um euch zu erzählen, ob ein Spiel meiner Meinung nach spielwert oder nicht spielenswert ist mit dem möchte ich aber auch noch kurz ein Disclaimer loswerden, bevor wir anfangen wie immer ist das Ganze sehr subjektiv ein Escape Rooms spielen beachtet jeder etwas auf etwas anderes und das ist wirklich nur meine Meinung manchmal habe ich ein Spiel gespielt, das etwas kaputt war, aber am nächsten Tag hat es wieder funktioniert oder manchmal ist auch einfach die Spieleitung, die vor Ort ist, ein schlechter Tag und darum das Ganze wie immer subjektiv in meinen letzten zwei Videos habe ich auch gesagt, dass ich mit gewissen Firmen eigentlich nicht wirklich etwas zu tun habe weil die gewisse sehr uncoole Sachen hinter den Kulissen gemacht haben, die ich mitbekommen habe und ich die darum nicht in meinen Videos erwähne aber ganz ehrlich gesagt, das ist jetzt einfach so lange her, mittlerweile ist es mir relativ egal ich rede über alle Spiele, die ich gespielt habe wie immer zeige ich euch, ich habe von jedem Spiel ein Foto gemacht und ich erzähle euch dazu, ob ich das Spiel zu meinen Flops, zu meinen Tops oder so in die Mitte einkategorisieren würde und ich erzähle euch über Schweizer Spiele, ich habe ein paar Spiele in Deutschland gespielt, ein paar in den USA und da sind aber auch noch ganz viele, ich nenne es At-Home-Spiele oder Zoom-Spiele oder Livestream-Spiele das ist so ein wenig in der schwierigen Zeit, in der wir durchgemacht haben aufgekommen dass man Escape Rooms durch einen Livestream spielen konnte, der Spieleiter quasi die Kamera im Raum hatte und ich selber war aber zu Hause und war über Teams oder Zooms dazugeschaltet und er hat dann dem Spieleiter gesagt, wo er die Kamera anhaben und was er machen soll dass man quasi wie von zu Hause aus in einem Escape Rooms spielen konnte gehen wir doch gleich an mit meinen Schweizer Spielen, die ich leider eher in die Flop-Kategorie setzen musste Hier haben wir House Trap in Bühle mit ihrem Pharao-Spiel Es hat dort vor allem ein Rätsel drin gehabt, wo man kaputt machen konnte Wenn man nicht etwas zu einer ganz bestimmten Zeit das erste Mal richtig gelöst hätte, dann konnte man es nachher nicht mehr machen und dann musste man es einfach überspringen und man hat es auch richtig gemerkt, dass man es überspringen musste und die Spieleiterin ist leider nicht wirklich so schlau damit umgegangen Ich finde das ist einfach so ein bisschen Game-Design mässig nicht schlau, dass man ein Rätsel beim ersten Mal lösen muss und sonst ist es wie kaputt Dann haben wir hier in Zürich Play X mit der Hexe vom Atal Anum für sich ein sehr solides Spiel Es ist einfach, man merkt es ist ein altes Spiel Es ist ein Spiel, wo nicht wahnsinnig viel Pitsche dahinter steckt Es ist jetzt grundsätzlich nicht schlecht und ich würde es jetzt nicht zwingend in die Flops tun Aber bitte fahrt nicht 2 oder 3 Stunden auf Zürich, um nur das Spiel zu spielen Das würde ich nicht anrufen Dann in Oftigen bei Game Guru durch Da Vinci Code Es ist ein Einkaufsspiel und wer meine anderen Videos schon gesehen hat weiss, dass ich es immer besser finde, seine Escape-Räume selber zu machen anstatt sie aus dem Ausland komplett einzukaufen Und für ein Einkaufsspiel finde ich also wirklich, dass es jetzt nicht so wahnsinnig toll ist Da hat sich das Geld aus meiner Meinung nach nicht unbedingt gelohnt Was mich aber am meisten gestört hat, ist, dass das Spiel super klein war Also wir sind zu dritten gewesen, was ja eigentlich nicht viele Leute ist Und ich habe schon das Gefühl gehabt, dass wir zu dritten eine ganze Zeit auf den Füßen rumtrampeln weil es so wenig Platz hat Also wirklich zu klein für einen Escape-Räume in meiner Meinung nach Dann haben wir in Luzern ein Escape-Quest mit Lady Thompson Sehr lieblos eingerichtet Fast keine Dekorations-Zeug, es war super abgerabelt Also wirklich nicht schön ausgesehen Die Räser sind zum Teil ein wenig weit weg hergeholt Und meistens ist es in einem Escape-Raum so, dass es nicht nur ein Raum ist sondern dass man dann auch noch in einen weiteren oder noch einen weiteren Raum reinkommt Und also in den nächsten Raum, wo wir reinkommen sind, hat einfach noch schäbiger ausgesehen Also und da ist noch etwas kaputt gewesen obendrauf auch noch Dort habe ich wirklich fast gefunden, dass man eigentlich für das Geld zurückfragen müsste Dann Räumlang Mission Escape mit Alice in Wonderland So rum Auch hier ist das Spiel an einem Füßen Ist nicht super schlecht Und ich würse jetzt auch nicht in die Ui, du schiesest das Geld vom Fenster raus, wenn du in die Ghost-Kategorie reinkommst Aber es hat ein ziemlich unlogisches Rätsel, gerade relativ am Anfang gehabt Sie haben uns gesagt, dass sie das noch austauschen wollen Ich hoffe, das haben sie mittlerweile gemacht Ja und auch sonst finde ich hat die Company sicher stärkere Spiele Dann in Winterthur ein Escape Room 24 mit der guldnigen Ananas Auch hier das Spiel an einem Füßen Von dem Rätsel her war nicht super schlecht Aber auch hier, man merkt, dass sehr wenig Budget dahinter steckt Es hat ausgesehen, wie wenn ich selber in meinem Keller Oder in meinem Zimmer, wo ich nicht daheim gewohnt habe Selber in einem Escape Room eingerichtet habe In einem Kellerraum, wo einfach grümpel rumsteht Das tut mir leid für die Wortwahl Es hat schöne Überraschungseffekte gegen Schluss drin gehabt Aber wirklich schön eingerichtet ist es leider nicht gesehen Und dann haben wir noch in Bern Die Escape mit einem Data Hack So, oben Das ist einfach ein sehr vergessliches Game Auch nicht wirklich spannend eingerichtet Auch eher ein wenig Macht man grundsätzlich nicht mega viel falsch, wenn man es spielt Aber es ist sehr ein vergessliches Spiel Dann habe ich hier ein ganzes Biggie mit mittelguten Spielen in der Schweiz Zu denen wollte ich gar nicht viel sagen Weil das sind Spiele, die nicht super schlecht sind Aber jetzt alle zu meinen Top-Favoriten gehören Aber man macht, wie gesagt, sicher nicht viel falsch, wenn man die spielen Gehen wir die einfach ganz kurz zusammen durch Wir haben in Oftrigen Mystery Games mit dem Saw Room Beim gleichen Anbieter Kammer des Schreckens In Spreitenbach Adventure Rooms mit dem Movie Star Adventure Rooms in Solothor mit dem School of Magic Dann ebenfalls Adventure Rooms in Bern, Undercover Houdini's Quest im Frauenfeld mit dem Houdini-Spiel Ebenfalls Houdini's Quest mit der Haffenbar Dann ein Mission Escape in Rümelung mit dem White House So, oben Ebenfalls Mission Escape haben wir hier Dracula Gleiche Anbieter mit Walking Dead Gleiche Anbieter mit dem Illuminati-Spiel Dann gehen wir ins Francais In das Charat-Trap Game Und zwar ihre Toy Factory Und Abandoned Manor Gleiche Anbieter Dann in Bül Jetzt sind wir bei House Trap gesehen Hier das Jumanji-Spiel Hier ihr Zauber-Spiel Dann immer noch Bül Da haben wir die Bankraub Dann gehen wir auf Luzern Zu Escape Company haben wir hier die Bier Factory Dann in Zoffingen bei Mindify haben wir die Luftfahrt Zürich zu PlayX haben wir auch die Indiana Jones gemacht Gehört ihr so in die Mittelliste Dann am Mastermind in Bern haben wir Escape from the Earth Bei The Riddle in Luzern haben wir das Verschaunige Kriegsrezept gesucht Bei Mission Escape in Dietike Das ist quasi die andere Location Haben wir Jack the Ripper Das hier sind alles Schweizer Spiele, die ich wemstens ans Herz legen kann Gehen wir doch gleich durch was wir hier so haben Bei Trap Game lohnt sich wirklich der Besuch Sie können nicht so mega gut Englisch Oder zumindest nicht alle Employees dort Aber wir haben uns gut durchgeschlagen Weil das Problem ist Mech eben oder ich kann nicht wirklich französisch Sprachbarriere im Spiel selber Ist aber nicht wirklich vorhanden Und da haben wir das Piratenspiel Wirklich wahnsinnig toll eingerichtet Riesig Also die haben wirklich ein Piratenschiff geboot In einem riesigen Raum drin Ganz ganz tolles Spiel Gleiche Anbieter Auch im Welschen Ein Dinosaurier-Thema Sehr 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 schön Umgesetzt, wirklich grosse Wow-Effekte Schon von Anfang an Seat Design top Rät so interessant Sehr empfehlenswert Dann sind wir in Genf bei TripTrap gewesen Das sind ja in der Schweiz quasi die bekanntesten Escape Room Anbieter Auch mit die best bewertetsten Oder sogar die best bewertetsten Leider haben wir doch kein schönes Foto gemacht Das eine ist so drei Fragenzeichen angelehnt Und das war wirklich wahnsinnig toll. Storytelling, on point, super viele unerwartete Sachen, die passiert sind. Eines meiner absoluten Top Spiele in den letzten 100 Spielen, die ich gespielt habe. Und das andere Spiel, die Geschichte von der Tante Hilda, die von einer Ritterburg und einer Prinzessin und einem Drachen erzählt. Und ich habe noch nie so ein grosses Spiel gesehen. Das einzige Minus ist, dort gibt es so viel zu machen, dass ich fast sagen würde, wir sind vierte, fast ein wenig wenig Leute gewesen. Also ich würde definitiv mit mehr als vier Leuten gehen, auch wenn alle schon sehr erfahren sind im Escape Room spielen. Weil das ist wirklich ein grosses Spiel, wo man viel machen kann, aber wahnsinnig toll gestaltet. Dann in Frauenfeld, bei Houdini's Quest, haben wir den Mafia Room gespielt. Dort hast du wirklich das Gefühl, du gehst in der Zeit komplett zurück in so einen Krämerladen von früher. Wahnsinnig interessant umgesetzt. Wirklich super tolle Props, die sie dort drin haben, wo du wirklich das Gefühl hast, du bist so zurück in der Zeit gereist. Super, super cool. Die gleichen Anbieter haben wir auch das Labor. Der hat mir sehr gefallen, weil es wirklich ein sehr anspruchsvoller Raum ist, der aber durchaus machbar ist. Also wenn ihr eine Gruppe seid von Erfahrungenspielern, das Labor ist wirklich eine Challenge. Dort ist wirklich ein Rätsel, nach Rätsel, nach Rätsel, nach Rätsel und es hört nicht mehr auf. Und wir müssen ja wirklich nur ganz knapp rauskommen. Aber du bist so in einem Flow drin, wo es einfach wirklich sehr interessant gemacht ist. In Rümlang, dort habe ich das Barbeam gespielt. In meinen Top ist sicher der Aladin, weil er sehr interessante Sachen macht, sehr herzlich umgesetzt ist. Definitiv nicht der Anspruch Falscht-Raum, aber wirklich herzig gemacht hat mir sehr gefallen. Und gibt es komplett ein Gegenteil, bei den gleichen Anbietern ist dann der Horror-Zirkus. Ich bin ja sonst kein Fan von geruseligen Spielen, weil ich jemand bin, der sehr ängstlich ist. Aber der Horror-Zirkus zusammen mit der Anna, die mich beschützt hat, danke Anna an dieser Stelle, ist wirklich ein cooles Spiel gewesen. Es ist sicher so, dass es ein paar Streckmomente drin hat, aber die habe ich jetzt also alle überlebt und wirklich lustige Effekte gemacht. Die gleichen Anbieter, aber im Dieticom haben wir das Labyrinth von Minotaurus. Sicher nicht mehr das neuste Spiel, aber für Leute, die jetzt nicht so sehr viel auf Set-Design und Storytelling legen, sondern nicht auf Rätselwert legen, ist das sicher ein lustiges Spiel. Weil das ist eigentlich wirklich auch ein Raum voller verzwickter Rätsel, die immer wieder anders sind und das ist dort sicher relativ cool gewesen. Dann bei der Riddle in Luzern haben wir den Fasnachtstieb gespielt. Sehr hoch in meiner Top-Liste, schon allein nur wegen dem Thema. Es geht wirklich so um Fasnachtsklicken und Fasnachtsmusik und man geht in so eine Bar rein und muss herausfinden, was passiert ist. Also wirklich wahnsinnig schön umgesetzt, definitiv mein Lieblingsspiel bei der Riddle. Auf Anfälle aus Checken. Das Kloten bei Next Level Escape haben wir Orient Express gemacht. Sehr interessant, nicht das grösste Spiel, wenn es so um die Quadratmeter Anzahl geht. Aber es hat den Platz wirklich sehr stark ausgenutzt, haben wirklich ein Spiel kreiert, wo man sich wie in einem Zug hineinfühlt. Mit ganz vielen Story-Elementen und Aha-Effekten und einem wahnsinnig spannenden Ende. Also hier wirklich der Schluss, super super spannend. Lohnt sich auf jeden Fall zu besuchen. Bei Adventure Rooms in Zürich. Ihr wisst ja, ich bin sonst eigentlich nicht so der grösste Adventure Room Fan. Lange Geschichte, habe da viel hinter den Kulissen und so mitbekommen. Aber jetzt gerade auch Adventure Rooms in Zürich hat da ihren Double Agent. Und dort haben wir wirklich ein Rätsel gehabt, das etwas gemacht hat, das ich vorher noch nie mehr gesehen habe. Was mir wirklich so im Gedächtnis geblieben ist. Dass ich gefunden habe, boah, krass. Ansonsten auch hier nicht der grösste Raum, aber definitiv anspruchsvoll. Macht wirklich 2-3 Sachen, die ich recht lustig gefunden habe. Auf jeden Fall, wenn ihr mal in Zürich seid, dann kann man sicher spielen gehen. Zuletzt möchte ich auch nochmal Mindify in Zoffingen hervorheben. Mit ihrem Wasserpfad. Die machen wirklich etwas ganz Spezielles. Dort bin ich auch eingeladen gewesen. Das ist wie ein grosser Märliwald. Und es gibt verschiedene, nicht Räume, sondern Pfade. Und es kann sein, dass mehrere Gruppen gleichzeitig verschiedene Pferde spielen. Und man sich quasi im Wald begegnet. Also die haben dort wirklich in einem Block unten einen riesigen Waldboot. Es sieht super schön aus. Gerade der Wasserpfad hat gegen Schluss sehr spannende Elemente drin. Sicher auch nicht einfach zu spielen, aber wirklich ein wahnsinnig viel Innovatives. Unbedingt mal besuchen, wenn ihr etwas anderes als einen klassischen Escape-Raum machen wollt. Dann möchte ich Ihnen kurz noch über die Spiele in Deutschland erzählen. Vielleicht seid ihr ja mal auf Reisen in einer grossen Stadt in Deutschland. Und möchtet wissen, was ich für einen Escape-Raum spielen kann. Das sind jetzt vor allem Spiele aus Hamburg drin. Weil das so mein vorletzter Trip war, dass ich auf Hamburg ganz viele Spiele spiele. Wirklich nicht so gefallen hat mir eigentlich nur ein einziges Spiel. Und zwar bei Skurrilum das Malwinds Vermächtnis Magier-Spiel. Und das liegt vor allem daran, dass es so ein Wonder-Room-Game ist. Also es ist ein relativ grosser Raum. Aber es geht auch nicht mehr weiter. Also alles spült sich dort innen ab. Es ist ein bisschen schwierig, weil wenn du alles von Anfang an zugänglich hast, kann es mega schnell sein, dass du ein bisschen durcheinander kommst, wo du es jetzt weitermachen soll. Und auch am Schluss haben sie versucht etwas lustiges zu machen. Aber ist es wirklich so mega gelungen? Weiß es nicht. Skurrilum auf jeden Fall andere Spiele, die dir dann gleich gehört werden. Die viel viel besser sind mir der Meinung nach. So ein bisschen mittelmässige Spiele. Wir haben in Hamburg Deadlock Escape mit ihrem Goldmine-Spiel. Ebenfalls bei Deadlock Escape mit einem magischen Mystery-Spiel haben wir auch noch Lost Island als Mittelfeld genommen. Wäre auch schon fast erst so top. Aber ich habe es jetzt gleich in die Mitte genommen, weil mir doch irgendwie andere Spiele noch fast ein wenig mehr gecatcht haben. Bei Skurrilum Phantom-Insel war auch ein solides Mittelfeld. Bei Hidden in Hamburg sicher der Meister von der Zeit. Kann man grundsätzlich auch nicht viel falsch machen. Bei Big Break der Jail Escape wäre eigentlich in den Top gewesen, aber dort ist wirklich technisch einiges schief gegangen. Darum kann ich es jetzt leider noch nicht mit tun. Aber wenn alles funktionieren würde, wäre das sicher auch ein Top-Spiel. Dann sind wir bei Big Break auch bei I'm Travel gewesen. Und auch noch bei Insomnia. Und bei Adventure Team der Countdown zum Meltdown. Alle Spiele, die schon fast in Top sind gehören. Aber auch dort habe ich wie das andere Spiel fast noch ein wenig cooler gefunden. Dann kommen wir nämlich jetzt schon zu den Top-Spielen in Deutschland für mich. Aus meinen letzten 100 Spielten. Dann haben wir nämlich bei Adventure Team's The Time Doctor. Macht wirklich etwas sehr, sehr Spannendes anders. Mit so einem, ja, ich würde nicht sagen Punktesystem. Aber definitiv anders als ein klassischer Escape Room für alle Zeitreisefreunde. Ein super Thema. Dann Scurillum mit dem Zoo des Todes. Muss auf der Top-Spiel-Liste sein, wenn ihr in Hamburg seid. Also wirklich, das Scurillum-Spiel. Wow, kann ich nur mal sagen. Mega, mega schön gemacht. Und dann kommt gleich von der gleichen Anbieter die weinende Frau hinten nach. Ebenfalls such a wow-game. Würde ich jetzt auf Englisch sagen. Aber auch Hidden in Hamburg hat ein paar Top-Spiel. Nämlich das verbotenige Spiel, wortwörtlich heisst das. Eine sehr, sehr lustige, coole Geschichte, die dort eingebaut ist. Und dann haben sie auch noch den Gold Shadow. Kann ich auch sehr empfehlen von hinten. Und natürlich auch der Neptunes Fluch. Alles Top-Spiel. Bei Hidden in Hamburg muss man noch dazu sagen, das sind Spiele, die wirklich auf einem Schiff waren. Und dann haben sie gesehen, die eingebaut ist. Also eine ganz spezielle Atmosphäre. Wirklich ein Besuch wert. Dann habe ich hier noch ein paar USA-Spiel. Und zwar vor allem eigentlich Buffalo. Weil das so gerade vor meinen 300er Marken der Ort war, wo ich noch hergereist bin. Zu meinen Room Escape Artist Kollegen haben wir dort ein kleines Treffen gemacht. Und der einzige Raum, der mir dort eigentlich nicht gefallen hat, ist bei Escape City Buffalo Over The Falls. Das ist so ein Submarine-Schiff-Thema. Die Mitte und der Schluss wären eigentlich cool gewesen. Aber gerade der Anfang war ein wenig schwach gewesen, was On Ramping angeht. Das ist so ein Fachbegriff im Escape Room. Fachjargon. Das ist Spass. Das heisst einfach, dass bei einem Spiel, dass man am Anfang gut herausfindet, wo man jetzt genau anfangen soll. Wo man am besten startet. Wie das Spiel losgeht. Und das war hier einfach sehr unklar gewesen. Man hat lange gebraucht zu meinen Spielen reinkommen. Darum leitet das zu meinen Flop-Spielen. Bei Lock & Key haben wir A Grim Forest gespielt. Das ist so in der Mitte für mich. Genauso wie The Seance. Bei der gleichen Anbieterfirma. Nicht spezielles, aber nicht schlecht. Dann bei Escape City Buffalo meine zwei Top-Spiele. Sind auf jeden Fall Hangover und Body Collector gewesen. Das Einte ist so ein wenig Assent angelehnt. Aber wirklich auch für Leute, die Angst haben, jetzt sicher machbar. Hat ein paar ganz spezielle Effekte gleich am Anfang drin. Und auch der Schluss ist sehr spannend gemacht. Und der Hangover, das komplette Gegenteil. Das ist wie ein Party-Raum. Ich muss sich das vorstellen wie eine Las Vegas Hotel-Room-Party. Und alles liegt irgendwie quer durcheinander. Und du musst herausfinden was passiert ist. Also wirklich sehr sehr lustig gemacht. Kommen wir jetzt noch zu den At-Home-Spielen, die ich anfangs schon erwähnt habe. Wo man quasi per Livestream zugeschaltet wird von daheim aus. Dass man am Kameramann im Raum kann sagen, was er machen soll und wo er hinschauen soll. Und quasi so von daheim aus in den Escape-Raum spielen kann. Auch hier ein paar wenige, die mich jetzt nicht wirklich begeistert haben. Hourglass Escape mit ihrem Pharao-Spiel. Wirklich sehr klein. Nicht wirklich viel zum Entdecken. Und alles geht wirklich so um ein grosses Möbelstück in der Mitte vom Raum. Aber wirklich viel passieren. Raummässig geht dort leider nicht. Dann haben wir Sherlock The Vault. Eigentlich in real life ein Spiel in den Netherlands, das ich sehr viel empfehle. Aber über Livestream wirklich gar nicht gut rüberkomme. Verbindungsprobleme. Die Rätsel haben wirklich nicht gut funktioniert. Wenn man sich überlegen, etwas in echt zu spielen. Oder etwas über einen Livestream zu spielen. Da kannst du nicht alle Rätsel einfach eins zu eins umsetzen. Und da hat sich einfach die Zeit gehabt, dass gewisse Rätsel hätten anders gemacht werden sollen. Für eine Livestream-Version. Und da habe ich noch den Escape-Effekt. Mit dem Benedict-Spiel. Das ist einfach nicht wirklich so spannend gewesen. Es hat wirklich nicht viel Innovatives drin gehabt. Liegt aber auch daran, dass es mehr so ein Promospiel war, das auch nicht lange verfügbar war. Es ist auch noch mal 45 Minuten lang gewesen. Hat jetzt von mir leider nicht wirklich viel ausgemacht. Ganz viele so, nicht schlechte, aber jetzt auch nicht in meinen Top-Favoriten, mit dem At-Home-Zoom-Spiel. Da haben wir Emergency Exit mit dem Studies von Dr. Becker. Dann Daydream Adventures mit dem Witch Forest. Dann Unlocked mit dem Return of the Magician. Dann Escapology mit Contraption. Looking-Glass Adventures mit dem Zauber-Shop. Hier haben wir Solve Entertainment mit dem Professor Prank. District 3 mit dem Interrogation-Spiel. Dann haben wir hier District 3 nochmal. Haunted. Cave Adventures mit dem The Hunter. Da haben wir The Box mit Diamond Heist. Heist, heist, heist. Escape Sagas mit Secrets of the Past. In Manchester haben wir University of Magic. Dann haben wir das Grand Immersion Hotel. Ich bin sicher, wenn ich das in echt gespielt hätte, wäre es in den Top gelandet. So aufs Livestream-Spiel war es jetzt mehr so in der Mitte. Dann haben wir BH Escape mit Mystery von Santos. So oben. Escape Hunt hatten wir hier mit Alice in the Puzzle Land. Lustiger Name. Puzzle Effect with the Reel. Auch fast in meine Top gelandet. Aber ist doch halt einfach ein recht Standard-Spiel. Und es hat noch so ein doofes, recht garer zum Schluss gehabt. Ich weiss, es ist nichts gegen Matik und Rechnen in einem Escape Room. Aber dort hat es jetzt leider so mässig viel Sinn gemacht. Und zum Schluss noch Mystery Mansion mit dem Kuriositätenladen. Das war jetzt auch so ein Mittelfeld bei mir. Und zum Schluss jetzt noch die At Home-Spiel, die wir sehr gut gefallen haben. Hier haben wir von Sixty-Old Miss Jazzable. Also wenn man wirklich so ein raunchy, das hat man im Englischen. Also so ein freizügiges, lustiges, sexuell, humormässig angehauchtes Spiel. Jazzable, für jeden Fall das Geld wert. Dann haben wir die Mindtrap mit Excalibur. Die hat mir auch sehr gefallen vom Thema her. Dann bei Trapped Puzzle Rooms haben wir den Hiska. Lustige Rätsel drin gewesen. Dann gibt es hier einen SOS Sasquash On Site. Also der Yeti. Der Yeti ist doch das. Kasi wo man in so einer Winterhütte drin ist und Ausschau nach einem Yeti haltet. Ganz toll vom Thema her und von der Rätsel auch. Dann haben wir Lockdown Pharoos. Dann haben wir eine Space Station, die auch sehr lustige Rätsel drin hatte. Dann ein Scrap. Sehr bekannt unter Escape Room Enthusiasten. Dann haben wir The Lab of Shifting Rules. Also wirklich ein sehr spezielles Thema, wo man quasi die komplette Regeln vom Escape Room auf den Kopf stellen kann. Und zum Beispiel auch Schwerkraft ausser Kraft setzen. Also wirklich ganz verrückt, was sie dort mit dem Livestream alles anbekommen haben. Dann Improbable Escapes gehört zu den schönsten Escape Room Anbietern, was das Set Design angeht, was sie online gespielt haben. Da haben wir Neverland wahnsinnig schön umgesetzt. Und dann aber auch noch die sieben Zwerge wunderschön umgesetzt. Nachher sind wir in Malta. Da haben wir auch einen Online Escape Room gehabt. Nämlich Forbidden Castle. Auch ganz spannend umgesetzt. Gerade auch was physische Elemente angeht und die sie für Zoom und so umgesetzt waren. Dann haben wir hier Rugrats. Also quasi eine Fernsehserie angehauchte Spiele. Und auch wenn man Rugrats nicht kennt oder nicht sehen hat. Wirklich sehr lustig umgesetzt. Ist so wie so ein Spielplatz zum Spielen. Dann ein Trap Game. Die aus der Schweiz. Die haben alles Online Spiele gehabt. Und zwar so eine Agenten, Alien, Geschichte auch wirklich sehr cool umgesetzt. Omascape mit Pursuit of the Assassin Artist. Ist glaube ich das best bewertetste Online Spiel, das es in den letzten zwei Jahren gegeben hat. Seit es diese Online Spiele gibt. Also wirklich was die thematisch und twistmässig mit dem Spielmechanismus gemacht haben. Sehr sehr cool. Logiklogs hat Amsterdam Catacombs gehabt. Das ist so schon ein tolles Spiel gesehen über Zoom. Aber in echt wäre das sicher ein Non plus Ultra Spiel. Ist auch in den Netherlands. Dann haben wir bei Exit 19 den Necromancer gespielt. Also ein bisschen ein gruseliges Spiel. Aber auch von den Spielmechanismen her wahnsinnig cool umgesetzt. Bei District 3 haben wir Something Brewing gemacht. Die haben sich wirklich sehr viel nie gegeben ihre Rätsel online oder eben Livestream tauglich zu machen. Aus Deutschlands 66 Minuten sind auch in Live sehr sehr beliebte Escape Room Anbieter. Und die haben eben so ein Showdown, so ein Livestream Spiel gemacht. Und was sie dort Theatermässig, also Schauspielerleistungmässig gemacht haben, ist wahnsinnig lobenswert. Und zum Schluss noch Lucuria with the Vanishing Act. Alle meine Top Spiele ist quasi so ein Zaubererspiel. Und auch dort haben sie Online Sachen umgesetzt, die in echt gar nicht möglich sind. Wirklich sehr sehr toll. So, ich habe lange genug geredet. Das sind sie gewesen. Meine Top und Flop Spiele von den letzten 100. Escape Rooms, die ich gespielt habe. Ich bin schon fast auf dem Weg bei 400. Also eigentlich müsste ich schon bald wieder ein neues Video machen. Aber ich hoffe, es hat noch gefallen. Schreibt mir definitiv in die Kommentare, was eure Lieblingsräume oder vielleicht auch negative Erfahrungen waren. Was ihr könnt empfehlen oder eben nicht empfehlen. Sei das in die Schweiz, in Deutschland, in Amerika oder wo auch immer. Was sind eure Favoriten? Und dann bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ausser, ich hoffe, euch hat es gefallen. Hopefully, see you next time. I'm Smiley Peace Fun. Bye. 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 Vielen Dank.